Werden mit mir meinen XXL-Baum abholzen. Ich! Oh sehr. Kinder beim Haus. Toll. Warte mal. Okay. Obst du da? Ich mach mir selber mal ne Axt. Toll, hätt ich jetzt auch machen können. Also diesen Baum hier? Ja. Bin schon dabei. Warum hab ich nen Tintensack? Hab ich dir gegeben. Warum? Weil's zum normalen Sack nicht mehr gerecht hat. Ah, was ist denn? Komm mal her, komm mal her. Da. Da liegt doch einer. Hier. Was? Da. 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 Hier. Nimm Stein. Hier. Das ist kompliziert. Das sagt eine Frau. Du bist auch nicht immer. Hier einfach. Dafür bist du lustig. Und wie? so in echt halt. Hey Anni, ich brauch mal kurz Haus. Ich bedien... Äh, ich bed... Nein, 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 nein. Anni, ich brauch mal kurz Holz. Ich bedien mich mal an dein Haus. was brauchst du ein bisschen holz ich bediene mich einfach an deinem Haus scheiß mein Haus besteht ja zu 90 Prozent aus Holz ja gleich nicht mehr zu 99 Prozent ich hab jetzt 1 Decke und 14 Holz jetzt ich hab 24 ja ob man leitern und was macht das ort ziegel 30 stück ja so ich fange jetzt mal mit der kleinen farm haben ja darfst du ja ja es fackelt nichts ab oh doch scheiße nein mein Logo das ist mein Logo in Ruhe ich mach mir jetzt unbedingt mal ne kiste ne aber muss das Ding auch unbedingt hier drüber sein ey an so weiter gehts an 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 brennt mein Haus schon wieder ja ja die ganze Bude steht in in Flammen gar nicht da dürfte eigentlich nichts abbrennen dürfte dürfte sollte müsste mir doch egal seine letzten Worte waren es dürfte eigentlich nichts anbrennen boah das hört sich mal so krass an ey wenn hier wirklich gleich alles wirklich gleich alles abbrennt mich ich habe alles nicht da die keine de werden sind die So, wie war das? Ich hatte doch hier letztens sowas Trolles. Oh, Regen! Ich hasse Regen. Yeah, ich auch. Da werden die Haare immer so nasser. Ja. Gershatz? Ah, kann man jemand den Regen ausmachen? Regen in meinen Hand statt mich nicht. Aber ich mag Regen in den Spielen nicht. Da muss man Heavy Rain zocken. Dann kann mein Haus wenigstens nicht abfackeln. Das gab's auch nur du. ... ... ... Rede ich euch jetzt genug? Ja. Nein. Das ist echt nicht schön. Oh, bei mir klingelt es gerade. So, da hat mich einer angerufen. Eben wegdrücken. Um festzuletzt halt. Würde mir jemand verraten, warum es Pestnetz heißt? Pestesnetz. Wäre dir wohl Traugnetz lieber? Ja. Naja, es gibt ja auch das Mobilfunknetz. Das zeigt mir ja, warum Pestnetz. Weil das fest an der Erde verankert ist? Na super. Das Telefon kann man trotzdem in der Wohnung rumtragen. Und wo ist, wo kommt das Kabel für das Telefon her? Flägt euch. Auf der Wand. Ach, ich darf meine Freundin verarschen. Wie sagt man, äh, wie baut man nochmal einen Amboss? Ich weiß es nicht. Dafür brauchst du sehr, sehr viel Eisen. Schau mal ins Lager, da müssten eigentlich schon welche stehen. Drei Eisenblock und... Ah, okay, ja, ich hab genug Eisen. Schau einfach im Lager, da müsste schon einer stehen eigentlich. Oh, voll. Ähm, Anit? Ja. Ich muss gleich mal ausmachen, ne? Warum? Wenn du muss. Ja, dann musst du gleich mal ausmachen, ne? Ja. Aber das hier war ich noch zu Ende. Ich glaube, hast du heute noch Zeit? Weiß ich nicht. Aber ich stinke. Du stinkst? Also, ich hab grad verstanden, aber ich stinke. Also, zum Thema stinken fällt mir jemand anders ein. Oh, nicht schon wieder so gemein sein heute. Wir sind heute mal nicht so gemein. Vor allem bringen wir das hier nicht öffentlich auf YouTube. Es geht nicht um euch. Entschuldigung.